Der Kiebitz zum Beispiel brütet frei, da liegen die Eier frei. Aber der Rotschenkel ist so ein raffinierter kleiner Kerl, der macht in einem Grasbüschel eine Mulde und zieht nachher, wenn er da sitzt und brütet, über sich die Grashalme zusammen und zwirbelt sie zusammen. Und dann kann man natürlich suchen, bis man so ein Gelege findet. Nur dadurch, dass er auffliegt, hat man dann das große Glück, aha, da muss es gewesen sein. Wenn ich das Versteck stehen hatte, irgendwo war es, glaube ich, zu sehen, dann geht man dorthin mit einem Rucksack und Kamera und so, und dann kommt sie mit. Bis ganz nah ans Versteck ran, ich gehe rein und sie geht zurück. Die Vögel können nicht so genau zählen. Die denken, aha, kam, ging, keine Gefahr. Und komm ganz schnell auf das Nest wieder hin.